Ja, ich bin Vasili. Ich interessiere mich für Elektrofahrräder aus verschiedenen Gründen. Ich finde die super, weil man damit viele Sachen machen kann, die Leute jetzt im Moment vielleicht noch mit dem Auto machen. Zusätzlich schreibe ich seit einer Weile einen Blog über Elektrofahrräder, den hier, der E-Rathafen, und arbeite beim Verkehrsclub Deutschland in einem Projekt zu Elektrofahrrädern. Von daher habe ich also aus verschiedenen Gründen großes Interesse an der Entwicklung von Elektrofahrrädern.